Drei BC-Garn-Neuheiten möchte ich gerne vorstellen und die sind natürlich alle GOTS-zertifiziert. Anfangen möchte ich mit Summer in Kashmir. Ja, die ist genau das, was der Name verspricht, nämlich Baumwolle mit einem Hauch von Kashmir. Ein super Ganzjahresgarn und dieses kleine bisschen Kashmir macht es so ein bisschen edel, ein bisschen wollig und super geeignet auch für Babysachen, denn sie ist waschmaschinenfest. Und bei den Farben habe ich mir hier so ein bisschen was gedacht. Die sind natürlich einzeln auch sehr sehr schön, aber mir ist es immer wichtig, dass man auch so kleine Grüppchen hat, die miteinander ganz toll aussehen, nicht nur um sie in einem Kleidungsstück zu kombinieren, sondern damit es eben auch im Geschäft nachher einen tollen Gesamteindruck gibt. Und deswegen möchte ich Ihnen die Summer in Kashmir ganz besonders empfehlen. Die nächste Neuheit, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Neuauflage einer guten alten BC-Garn-Freundin, nämlich der Simila. Was ist jetzt neu? Also erstens, sie ist jetzt komplett durchzertifiziert. Das heißt, sie darf jetzt das GOTS-Logo tragen hier auf dem Label. Die vorige Variante, da war ja schon die Rohwolle zertifiziert, die Farbstoffe waren zertifiziert, aber die Spinnerei eben nicht. Jetzt ist das Garn komplett durchzertifiziert und darf also das schöne grüne Logo tragen. Sie ist außerdem maschinenwaschbar, sie ist weicher und wir haben die Farbpalette ein bisschen modernisiert, wobei ein paar gute alte Freunde, wie zum Beispiel die Farbe Nebel, ist natürlich auch wieder dabei. Ja, auch hier habe ich versucht, für alle Zielgruppen Farben zu finden und da das Garn ja maschinenwaschbar ist, auch dieses Garn wunderbar geeignet für Kinder- und Babysachen, aber eben einfach ein ganz, ganz tolles Pullovergarn. Die Nadelstärke ist perfekt und ich freue mich, dass wir jetzt mit der Simila so einen schönen Sprung gemacht haben. Und die dritte Neuheit, die ich Ihnen zeigen möchte, ist auch eine Neuauflage einer guten alten Freundin, nämlich der Simila Cablet. Hier ist es genau wie bei der Vorgängerin, also bei dem Garn, was ich vorher vorgestellt habe. Sie ist jetzt komplett durchzertifiziert, das heißt, sie darf das schöne grüne GOTS-Logo tragen. Sie ist viel weicher als die Vorgängerin und sie ist genauso wie die normale Simila jetzt auch maschinenwaschbar. Diese Cablet-Spinnung macht das Garn ganz toll elastisch und ja, das heißt, die Kleidungsstücke bleiben wunderbar in der Form. Das ist wirklich das Besondere an diesem Garn und ich bin ganz stolz, dass wir die Farbpalette in Kooperation mit der bekannten Designerin Regina Mößmer entwickelt haben. Und Regina hat ein paar ganz, ganz tolle Designs aus der Simila Cablet gemacht und die möchte ich Ihnen wärmstens ans Herz legen, natürlich zusammen mit dieser tollen Wolle.